Okay, es geht weiter, nachdem ich ja den Drachen... Was hab ich gemacht? Das ist vor drei Tagen hab ich das gespielt. Äh... Ach, das Ei in die Quelle geworfen habe, ertrunken habe, so gesagt. Ertrinken ließ. Äh, müssen jetzt in die Stadt. Altea wieder. Und, ja, es ist einiges passiert. Ich hab jetzt eine PSP von einer Kumpel gekauft, mit Persona 3. Hab ich mir selbst gekauft. Es macht Spaß und... Das ist auch vielleicht der Grund, warum ich nicht mehr so viel gespielt habe. Ähm, also keine Parts mehr so kamen, aber jetzt werden mal wieder Parts kommen. Aber im Moment müssen wir mal erst mit der Königin reden, weil irgendwas mit ihr komisch ist. Ich könnte auch... Das weiß ich schon, weil ich werde auch nicht die Leute jetzt ansprechen. Die werden mir sowieso erklären, dass die Königin jetzt irgendwie merkwürdig drauf ist. Aber sehen wir mal, was das Problem ist. Viren, ich möchte dich gerne alleine sprechen. Okay. Lass mich alleine. Okay. Wie ihr erwünscht, Hoheit. Wir warten draußen. Hm, da ist wohl jemand eifersüchtig. Hm? Ne, ne, ne. What? Sex im Kinderspiel? Niemals. Hi, hi, hi. Komm her zu mir. Ey, das Lied ist doch geil. Das ist doch von Mozart, oder? Oder von Beethoven? P-Prinzessin? Nun mach schon, sei nicht so zögerlich. Das steht dir nicht. Die will Sex von dir. Die will deinen großen, mächtigen... Majestät! Nein! Du bist ein dumm, Koffirion. What the fuck? Du bist nicht Prinzessin Hilda. Schön erkannt. Nicht so schnell, du hinterglästige Schlange. Tidim! Keine Musik. Oh. Angriff, 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 Angriff. Der Gegner kann nichts, außer uns schlafen hinzulegen. Und guckt euch geiles Lebenspunkte an. Aha! Scheiße, habe ich Viren aus, wir sind in die hintere Reihe gesteckt. Ja, hör auf zu kämpfen. Deswegen trifft er auch nicht mehr so gut. Verführungsstufe 9. Bei wem funktioniert... Ist klar, Maria ist eine Lesbe. Eiskalt eine Lesbe. Du hinter... So eine verfickte Schlampe. Rotes... Du greifst an, komm. Komm, du machst einfach Blitz auf ihn und... Du willst mich doch gerade verarschen. Im Testworn habe ich dieses verfickte Monster sofort getötet. Sie klappt das... Bist du tot? Okay, machen wir einfach mal so. Beam, vielleicht funktioniert damit ja. Und dann nochmal Beam. Und Angriff. Maria, ich hoffe, du wirst nicht wieder verführt. Ich hoffe, dass jetzt... Warte, wen hat das jetzt getroffen? Ich habe doch gerade gesehen, dass jemand das getroffen hat. Geil. Okay, das geht ja noch. Wenigstens. Stirb doch endlich, verdammte Sche... Ich habe mich nicht gut vorbereitet. Das ist nicht gut. Wechsel. Nein, nein, nein. Nein, 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 nein. Jetzt will ich doch jetzt verarschen, Schlampe. Du willst mich doch jetzt eiskalt verarschen, oder? Oh, ich hasse... Stirb... Ey, ich bin so dämlich und mache doch noch so behinderte Sachen. Oh, ich kann mich jetzt auf ihr selbst schlagen, aber richtig. Töte sie mal endlich. Danke. Ich hätte den Kampf auch viel schneller gewinnen können. Wäre echt nicht so dämlich. Und bei Wann wird die Stufe? Okay. Weißheit, Stab nehmen. Danke, danke. Das war nicht, Hilda. Leila, wie lange habt ihr zugehört? Lange genug, um zu sehen, dass du dem Umgang mit Frauen nicht gewohnt bist. Haha. Oh. Wo echte Prinzessin. Es erscheint nicht. Der erste Preis des Palm... Mikia tun jetzt, soll Prinzessin Hilda sein. What the fuck? Lass mich euch begleiten. Ich möchte helfen, wo ich kann. Kann gut nachempfinden, was in dir vorgeht. Ich werde hier die Stellung halten. Also lasst dir keine grauen Haare wachsen. Hey. Gordon ist ihnen zugestoßen. Hey. Ach, ich bin immer noch krank. Ja, ihr habt keine Kommunikation geführt. Ist klar. Also, ihr seht, wie viel LP ich habe. Was ist denn gegen Elektrizität? Ein Harnadel. Ist klar. Das passt heute zu dieser Spurte hier. Ich habe auch eine Magiewechsel gemacht. Damit... Mit diesem Zauber kann man leicht HP, MP, ähm... Und Zauberkraft und alles verbessern. Ihr müsst einfach mit den... Also die Lebenspunkte und die MP-Punkte mit den Gegner tauschen. Und müsst den Kampf überlebt haben. Damit könnt ihr dann, ähm... Warte, erst mal nach vorne machen. Damit trainiert ihr euer HP, MP und alles Mögliche. Wie ich das gerade erwähnt habe. Magie. Wie viel hat er das? Sieht schon? Ja, 12 hat sie. Okay, du hast keine Magie. Ist auch egal. Du bist sowieso eine unwichtige, unwichtige Person. Wenn ihr wisst, wo Leila ist, sie ist hier und gammelt hier rum. Bei den Wetten ist klar. Faule Stück Dreck. Hab dich noch nie gemocht. Werde ich auch noch nie. Glaub ich. Leidlich werde ich sie auch nie mögen. Ich gehe jetzt mal einmal in eine Runde pennen. Ach, Mann. Ich hoffe... Ich hoffe, ich klinge nicht so erkrankt. Ich glaube, heute wird ein guter Tag zum Aufnehmen. Es ist Freitag. Ich bin krank. Und... Ja, dann nehme ich mal lieber auf. Hey. Speichern wir mal ab. Und wie immer, alle Kämpfe werden rausgeschnitten. Das war ein kurzer Kampf. Also, um nach Palmikia zu gehen. Wo ist Kaschion wieder? Wo ist Kaschion? Kaschion, 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 Kaschion. Da. Da ist der Schokobowald. Kaschion ist da. Da ist Mysidia. Da ist Kaschion. Äh, nicht Kaschion. Äh, Palmikia. Da müssen wir hin. Und es gibt einen Weg. Ihr könnt mit dem Schiff so rumfahren, bis ihr da ankommt. Da müsst ihr echt einen Umweg machen. Aber ich mache den kürzeren Weg. Ich nehme von Kaschion den Schokobowald und... Schokobowald und dann gehe ich einfach da rein. Und bäum. So habe ich dann alles geregelt. Das ist auch der schnellste Weg. Der ganz schnellste Weg für mich. Nö, 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 nö. Warte mal. Wie komme ich jetzt? Hä? Verdammt. Verdammte Kacke nochmal. Oh, jetzt muss ich mit dem Schiff da rumfahren. Mit dem verfickten Schiff muss ich jetzt dahin gehen, damit ich dahin komme. Nein, dahin komme, wo das Flugschiff ist. Und damit dann extra... Oh, ich kann mich gleich klatschen dafür. Okay, wir sehen uns in Kaschion wieder. Wenn ich... Okay, Leute. Ich bin eigentlich da. Es hat lange, lange gedauert. Ich muss mit dem verfickten Schiff hier hin. Und dann so rum. Und dann war ich hier. Jetzt reden wir mit Sid. Damit wir eigentlich nach Kaschion können. Das ist eigentlich der schnellste Weg. Ja, okay, du... Ja, okay, du... Ja, ist klar. Ähm... Kaschion. Okay. Dün, dün... Dün, dün, dün... Jetzt fliegen wir nach Kaschion. Beeil dich bitte. Jetzt muss ich den ganzen Weg einfach nach unten. Perfekt. Jetzt brauchen wir den Schokobo. Schokobo. Ein Schokobo gefunden. Okay, jetzt muss ich den Weg hier rein finden. Der muss west... Er muss immer westlich sein. Der muss immer im Westen sein. Achso, hier ist das. Es muss es sein. Kolosseum, er hat geschossen. Dün, 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 dün... Okay. Es ist eine Frau... Okay, das ist ein Mann. Imperator. Frau. Das Turnier ist eröffnet. Wer als glorreicher Sieger vorgeht, soll Prinzessin Hilde erhalten. Hier kommt sofort der Boss, oder? Noch ein Boss? Ja, hier kommt ein Bossfight. Gegen dieses verfickte Monster. Ich glaube nicht, dass du mich besiegen könntest, du Bastard von einem Bastard. Ich verhalte nicht den Ersterangriff. Beermorph. Ähm, ich versuche einfach mal Beam. Ich mache Schutz. Ich mache Protest. Du greifst einfach mal an. Beamstufe 5. Vielleicht stirbt er jetzt. Das wäre das Optimalste. Ja, er stirbt sofort. Was habe ich euch gesagt? Es lohnt sich, Beam zu stufen. Hey. Glückwunsch. Wie versprochen, solltet ihr eure Belohnung erhalten. Die Gelegenheit, den Imperator zu eliminieren. Dies ist eure Belohnung, elender Rebellen. Du Bastard. Das ist Leon. Das sieht man schon vom Bild an. Wenn man am Anfang mal mein Let's Play angeguckt hat, dann weiß man, dass es Leon ist. Hallo? Schmeiß sie in den Kerker. Und wieso? Wieso kann ich euch nicht verprügeln? Hallo? Okay. Hallo? Darf ich raus? Sehr robuste Reisengitter. Okay. Wer bist du? Wer bist du? Gehörst du zu uns? Gehörst du zu uns? Siehste Träume. Achso, das ist Paul. Damit habe ich meine Schuld aus den Erzminen beglichen. Los. Haut schon ab. Dankeschön. Tschüssi. Schiesekowski. Okay. Wo zum Geier soll ich hin? Ich glaube, hier kommen keine Kämpfe, oder? Hoffe ich jetzt einfach mal. Okay, hier kommen keine Kämpfe. Gut, gut, gut. Wo zum Geier soll ich jetzt hin? Achso, ich kann durch das... Parasit. Okay, Parasit. Was? Hat der mir gerade MP abgezogen? Du Bastard. Ach, du Scheiße, Mann. Stirbt. Die ziehen mir MP ab, die kleinen Bastarde. Was decken sie sich eigentlich dabei? Ach, Gordon, hör einfach auf zu existieren. Dein Leben hat keinen Sinn. Ja, Boss, da hört doch auf mir MP abzu... MP oder HP? Ziehen die ab von mir? MP haben die abgezogen, diese... Wartet. Okay. Es geht noch weiter. Ich musste kurz telefonieren und weiter geht's einfach mal. Okay. Kassel, diese verfickten Monster. Ja, danke, damit du jetzt keine... Da war ich schon, oder? Oh, nein! Fick dich! Ich... Ich... Ich krieg solche Aggression. Verreckt einfach Gott. Jetzt mich doch verarschen, ihr verdammten Bastarde. Ey, nicht dein Ernst, oder? Ey, das ist nicht dein Ernst. Das ist nicht dein Ernst. Ich fick euer Leben, ihr... Ey, wenn ich sowas sehe, krieg ich auch solche Aggressionen. Ich bin auch noch krank. Das geht dann. Elixier. Hütte. Äther. Ach, da war ich schon. Okay, Truhe. Ich komm mich jetzt an die Truhe. Achso, einfach so. Geht ja. Stalagmied. Zombie-Zwillinge. Beam, du Mas. Beam. Ach, dieser Gordon. Greift bitte Gordon. Los, greift Gordon an. Tötet ihn, bitte. Beam. Gucken wir mal, ob das jetzt irgendwas gebringt. Okay, zwei sind tot. Ach, wieso muss ich noch krank sein? Das trägt mich... Okay, jetzt ist noch einer übrig. Beam ist der beste Zauber, so gesagt. Er tötet jeden. Wirklich jeden. Auch, ihr habt ja gesehen, diesen Boss da. Beomorph, sofort mit Beam getötet. Soll ich ihn wieder... Ach, komm, ich bin mal ein herzensguter Mensch und heil ihn wieder. Hier, sei froh. Okay. Ich will noch in diesem Part... ...alles hier machen. Also, Palme-Kia. Alles erledigen. Damit ich jetzt nie wieder... Ich muss sowieso hier wieder herkommen. Okay. Das hält er. Oh. Oh. Gibt's denn... Achso, da geht's weiter. Endlich geht es weiter. Ist klar, dass dieser verdammte Schwachmat von einem Kämpfer... ...sofort abkratzt. Ist doch irgendwie klar gewesen, oder Leute? Da kann ja sowieso nichts. Da kann einfach nichts. Okay. Nicht. Prinzessin, wir werden euch befreien. Ist klar, dass dieser Schwuchtel sofort als LRSt reingeht. Prinzessin Hilda, seid ihr unverletzt? Prinz Gordon, ihr hier? Guck, selbst sie hat sich schon gewundert, warum diese Schwuchtel hier ist. Prinz Gordon, flieht mit Prinzessin Hilda. Wir lecken die Wachen ab. Danke, mein Freund. Seid auf der Hut. Din, 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 din. Okay, ich bin... Ich geh mal kurz in den Treppen. Okay, neuer Kampf. Irgendwie zwischendurch hab ich diese Nuanzer Gruppe kennengelernt. Todesblume, okay. Sehen wir mal, wie viel Schaden die macht. Okay, das haben wir dann auch erledigt. Schlafgau, danke. Okay, haben wir auch erledigt. Kolosseum, Erdgeschoss. Mein Stuhl. Von hier herrsche ich jetzt. Warte mal. Ihr wollt mich doch verarschen. Okay. Wir müssen jetzt... Also, ich muss jetzt... Von da... Da hoch. Dann wieder... Hier irgendwo hin. Irgendwo muss ich dann wieder hin. Oh, hier wollt mich doch alle natzen. Okay, das nächste Mal. Ciao.